Oh, what a football, dachte ich in Amerika, denn der amerikanische ist nicht die feine englische Art. Und es gibt dort selten komische Begegnungen. Never change a winning team. Whoa, whoa, football, football, American football. Kein gemütliches Tänzchen, da ging es die Bundesliga an Kaffeekränzchen. Und da und ihr, wie ich heut wieder swing. Hast du eigentlich gemerkt, dass wir hier etwas anderes singen? Ja, wie machen sie eben falsch? Na, bis wir die Jungs da gut instruiert haben, machen sie es lieber auch falsch. Stimmt, bis die das so kapiert haben. Never change a winning team. Never before war ich so schön intim. Drum schwenken wir wie fein die Bahre vom Verein. Haia, 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 oh. Ja, wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch. Noch so ein starkes Stück. Und bei mir ist der Bahn rand. Hallo Jungs, wie wär's mit dem Traktis mit Humor? So. Und nun für alle, die nicht immer die Schnellsten sind, das Ganze nochmal in Zeitlupe. Und dann für alle, die nicht immer die Schnellsten sind, das Ganze nochmal in Zeitlupe. Und dann für alle, die nicht immer die Schnellsten sind, das Ganze noch in Zeitlupe. Und dann für alle, die nicht immer die Schnellsten sind, das Ganze noch in Zeitlupe. Und dann für alle, die nicht immer die Schnellsten sind, das Ganze noch in Zeitlupe. Helmut Schön! Das war mein langersehnter Überraschungsgast, unser sehr verehrter Helmut Schön.